Beim Formenbau Kellermann im oberpfälzischen Postbauer Heng entstehen hochkomplexe Spritzgießwerkzeuge, in erster Linie für die Automotive-Industrie. Dafür steht den Formenbauern ein sehr moderner und leistungsfähiger Maschinenpark zur Verfügung. In erster Linie sind es Bearbeitungszentren von GF Machining Solutions, die die Präzision der Einzelteile sichern. Für die Präzision am Gesamtwerkzeug verlassen sich die Formenbauer auf eine Toschierpresse. Die Verantwortlichen entschieden sich für eine Millutensil Mill 203. Warum das so ist, schauen wir es uns an. Die Toschierpresse Millutensil Mill 203 Blue Line wirkt in der großzügigen neuen Werkshalle des Formenbau Kellermann geradezu zierlich. Dabei ist sie mit 2500 Millimetern Hub auch für größere Werkzeuge bestens gerüstet. Die Werkzeuge bei Kellermann sind in der Regel hochkomplex und haben hohe Anforderungen an die Präzision. Frau Kellermann, Sie sind Geschäftsführerin beim Kellermann-Formenbau. Sie haben die ganze Halle voll sehr präziser Maschinen. Weswegen touchieren Sie überhaupt noch? Unsere Fräszentren sind sicherlich hochpräzise. Wir bauen aber auch hochkomplexe Werkzeuge. Und hier benötigen wir einfach aus Qualitäts- und Genauigkeitsgründen eine optimale Bearbeitung. Und dies ist nur mit einer Toschierpresse möglich. Wieso verfällt man dann auf ein italienisches Modell, eine Toschierpresse von Millutensil? Wir sind auf die Firma Millutensil auf einer Messe aufmerksam geworden und haben hier einfach Ansprechpartner gefunden, die auf unsere Wünsche eingegangen sind, wo wir viele Optionen hatten und uns eine Maschine zusammenstellen konnten, wie wir sie benötigt haben. Wir haben jetzt hier verschiedene Winkel, wie man die Tische fahren kann. Wir konnten uns eine Säulenverlängerung mitbestellen in dem ursprünglichen Paket, da wir sehr viele Werkzeuge mit einer hohen Einbauhöhe bauen. Und da war das für uns enorm wichtig. Wer die Kompetenz seiner hochqualifizierten Mitarbeiter optimal ans Werkzeug bringen will, muss dafür sorgen, dass die technischen Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb ist es von großem Vorteil, dass die Pressenhersteller aus Italien auf die Wünsche der Formenbauer gehört haben. So lassen sich Korrekturen am Werkzeug höchst effizient und vor allem mit minimalem Zeitaufwand realisieren.